Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2, Kapitel 3, Mission 6, wartet auf uns, wir haben Rino vor uns, japp, also Rhino, da könnte es sehr zäh sein, ob ich nach Rhino noch einen normalen Kampf mache, weiß ich nicht genau, ich weiß nicht, ob es in den letzten Episoden gesagt hat, ich mach das, aber wird sich herausstellen, wir nehmen auf jeden Fall einen Vernichter mit und ihr kennt den Vernichter unserer Wahl, nämlich War Machine, dann nehmen wir auf jeden Fall noch einen Tank mit, gegen die Aufmischer, das ist She-Hulk und das Letzte, was wir mitnehmen, ist eigentlich egal, mal schauen, was hier noch so reinpasst, ich würde gerne irgendwie ein Star-Lord mit, oh, Rocket wäre cool, Star-Lord wäre auch cool, mal schauen, was es noch gibt, Spidey, Spidey ist nicht so effektiv, Gamora, Daredevil, ähm, ist da was, ich glaube, wir nehmen diesen Iron Man mit, wir nehmen mal diesen Iron Man hier mit, ist das eigentlich so ein, äh, ich habe halt schon Iron Man, ja genau, den nehmen wir mit, denn der ist ein Vernichter, das passt schon, los geht's. Level 29 Rhino, also ich gehe mal davon aus, dass, ähm, wenn man dann irgendwann Kapitel 4 freigeschaltet hat und das auf schwer spielt, dass dann, ähm, Level 30 gefragt ist, lasst euch mal überraschen, welches Team ich für Level 30 bringe, ich weiß schon ganz genau, welches Team ich einsetzen werde, für die Kapitelmission, auch schwer, mit Level 30 dann. Beziehungsweise für normal lasse ich mir noch was einfallen, ne, ihr seht, dieser Iron Man macht nämlich, ähm, ein Schild auf uns alle, ist zwar ein kleiner Schild, aber hey, es ist ein Schild, so, wir greifen an auf A, ich meine, wenn die Gegner schon, äh, schon drei Sterne haben, müssen wir für jeden Schild froh sein, den wir kriegen können, und dann schilden wir uns auch nochmal extra mit Rekursionsfeld und jetzt schauen wir mal, was für Angriffe er hat, oh, er hat diesen Angriff hier, der ist interessant, Teufelsraketen, sehr schnell, werden wir gegen, gegen Ryan auf jeden Fall benutzen und, ähm, Fluchtgeschwindigkeit wechselt einen anderen Charakter ein, das mach ich nicht, das ist im PvP sehr gut, wenn man das aktiviert, dann greift er an, wird ausgewechselt, kommt aber gleich wieder rein, weil man im PvP keinen anderen Charakter aktivieren kann und er frischt sofort den Schild nochmal auf alle Charaktere auf. Also ist eine definitiv sehr gute Attacke im PvP und macht auch noch die Gegner weit geöffnet. So, also Age of Ultron Iron Man, ein ziemlich cooler Charakter im PvP. Mit dem PvE wird er halt ausgewechselt, muss er später wieder einwechseln und dann macht er wieder Schild auf alle. Und ihr merkt, macht auf jeden Fall Sinn, so ein Schild dabei zu haben. So, wir greifen mit She-Hulk an auf C, denn C ist als nächstes dran und ich will gern C wegprügeln, bevor C drankommt. Oh, sie blutet, das ist ganz schlecht. Ähm, machen wir mal hier, das da, Teufelsraketen. Ihr merkt das nicht besonders stark, aber die Gegner haben jetzt Explosiv. Ne, kriegen zusätzlichen Schaden, wenn sie durch Explosionsangriffe getroffen werden. Und, äh, wir greifen jetzt mal an auf B. Sehr gut, und noch mal einen kostenlosen Angriff, weil die blüten sind. Und das gleiche machen wir jetzt mal hier, ne. Zwillings ist, äh, Bonusschaden. Die kriegen Bonusschaden, weil, ich glaub, das ist ein Explosionsangriff, Zwillingsgeschoss. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaub aber schon. Gucken wir doch mal nach. Ähm, ja, ne, Fernkampfenergie ist noch nicht mehr Explosion. Dann muss man das hier spammen die ganze Zeit. Na gut. Ähm, machen wir jetzt mal... Artillerie und Energie. Schi-Hall kriegt großen Schaden. Ich werd sie gleich mal nicht auswechseln, sondern, ähm... So, nochmal angreifen hier. Sondern heilen und den Tankmodus versetzen. Sie kriegt zum Glück weniger Schaden. Wenn sie unter 50% Lebenspunkte hat, machen wir jetzt mal hier, setze dich durch, Tankmodus. Stark geheilt. Und sie tankt. Und dann machen wir... Kontrollierte Schüsse. Wir sind leider nicht mehr wütend. Aber ich denke, Plasmaklinge sollte ausreichen. Jawoll. So, hier ist Welle 4. Hier ist Rhino. Gegen den ist unsere Plasmaklinge sehr effektiv. Aber erst müssen wir mal alle anderen Gegner wegkloppen. Deswegen mach ich jetzt mal das da. Ähm, Teufelsraketen. Äh, schnelle Ladung. Na gut. Jetzt machen wir... Lange Arm des Gesetzes. Auf C. Damit wir C schon mal los sind. Oh, sie kriegt großen Blutungsschaden. Äh, wir laden mal nach mit Rekursionsfeld. Außerdem bleiben wir dadurch wütend. Rhino soll ruhig mal anvisieren. Das kann uns egal sein. Und dann mach ich mal... Ist das ein Explosionsangriff? Genau, sehr gut. Ne, hier Explosionsangriff. Machen wir mal auf B. Bam. Sehr schön. Wir haben gesehen, wir haben Extraschaden bekommen. Und jetzt wechseln wir ein. Nämlich Iron Man. So, Rhino greift an. Wir kriegen zwei kostenlose Angriffe für seinen Angriff auf uns. Als Konter. Er visiert noch einmal an mit Wilde Flucht. Wir könnten ihn stunnen, theoretisch. Und jetzt werden wir Ski-Hulk auswechseln. Ähm, für ihn. Und jetzt achtet mal drauf. Weil wir ihn eingewechselt haben, ist der Schild wieder aktiv. So, natürlich ist... Achso, der Schild ist auch schon aktiv. Greifen wir mal hier an. Konterierte Schüsse. Wir sind ja wütend und sind gleich nochmal dran. Und der fällt jetzt zukünftig nur noch Energiekling. Ähm, machen wir aber vorher nochmal einen stärkeren Schild. Der Weiterte Deckung. Das verstärkt außen noch all unsere Charaktere. So, billiger Schaden kann uns egal sein. Wir greifen an mit Plasma-Klinge. Und ihr seht, es macht großen Schaden auf Charaktere, die schwere Panzerung haben. So wie ihn zum Beispiel. Und jetzt verpassen wir ihn mal... Zwillingsschutz. Schnelle Ladung. Und wieder Zwillingsschutz. Und jetzt machen wir Krio-Explosionen. Das macht ihn ungeschützt. Das heißt, er hat nochmal weniger Verteidigung. Völlig in Ordnung. Und jetzt... Äh... Machen wir mal... Fluchtgeschwindigkeit. Bäm! Geht einfach wüstet, weich geöffnet. Wechseln wir mal Vision ein. Ziemlich cool, muss ich sagen, diese Auswechsel-Skills. Zwei kostenlose Angriffe. Reicht nicht ganz, aber Plasma-Klinge reicht völlig. Perfekt. So, das war's mit Rhino. Und ich würde sagen, ich werde jetzt hier an der Stelle die Episode beenden. Und in der nächsten Episode machen wir dann einen... Oder mal schauen, Moment, gucken wir doch mal ganz kurz. Ähm... Normaler Kampf. Ach ja, genau. Das ist der Weg, den wir jetzt gehen müssen. Ne? Hier so. Ähm... Hammer. Und ein normaler Kampf und dann der Endkampf. Na gut, wisst ihr was? Wir machen jetzt noch den normalen Kampf. In der nächsten Episode machen wir wieder einen Bosskampf. Und dann einen, äh... Und dann den Kampf hier. Ich kann nämlich den anderen Weg nicht mehr gehen. Ähm... Ja, Bosskampf, normaler Kampf und dann machen wir den Endkampf. Na gut, dann machen wir es so rum. Da muss ich das nächste Mal nochmal neu anfangen und dann den anderen Weg gehen. So wie es aussieht. Ähm... Zeigen wir mal hier Kirche der Wahrheit. So, wen nehmen wir mit? Wir nehmen auf jeden Fall Ski-Hulk mit und dann noch irgendetwas anderes. Völlig egal was. Ich würde mal sagen, wir nehmen, ähm, Iron Man mit, weil er so gut schielen kann. Und dann noch irgendeinen anderen Tank. So jemand wie Moonlight wäre eigentlich ziemlich cool. So, da ist nichts anderes dabei, was Tank ist. Aber wir können einen Heiler mitnehmen. Nämlich Commander X. Los geht's! Ja, wenn man den anderen Weg geht, ne, dann kommt man eben noch zur Echse. Und das werde ich dann offscreen machen. Dann werde ich zur Echse hinspielen und euch einfach nochmal die Echse zeigen. So, dann wollen wir mal. Kunde und Kombo auf B. Gegners verprügelt und geschwächt. Das ist super klasse. Ist da was? Ich mach einfach jetzt mal Kriege Explosion hier. So, dass wir nicht mal los sind. Und dann greife ich mal an hier auf A. Denn ich hoffe mal, ich gehe mal davon aus, dass es reicht. Jawohl. Sehr schön. Und die erste Welle habe ich schon weggeprügelt. Wir haben zwar kein Schild auf allen Charakteren, aber ist doch egal. Äh, jetzt greifen wir wieder an und zwar auf A. So, Mist, na gut. Wenn wir Pech haben, jawohl, auf Eif ist es noch Verlass. Ne, also der Einzige, der uns angreift, ist jetzt C. Soll er ruhig. Und dann machen wir gleich mal Chi-Explosion auf B. Sehr gut. Das hat gereicht. Das ist ein sehr offensiver Einfluss. Das gefällt mir. Ähm, ich mach mal hier Schild auf uns alle. So, und Chi-Hulk greift bitte mal an mit schnelles Urteil. Nummer 1. Und Nummer 2. Wenn er jetzt angreift, haben wir ein Schild. Aber Einfluss regelt das Ganze vorher. So, dann wollen wir mal wieder schnelles Urteil auf B. Den haben wir wegvernichtet. Und dann machen wir Wogen der Uli-Beam auf A. Hat nicht ganz gereicht. Ist aber nicht schlimm. Wir machen nämlich Kult und Kombo. Grandios. So, laden wir uns mal auf mit taktischer Einschätzung. Und machen dann Angriff auf A. Denn A ist als nächstes dran. A will ich weg haben. Hat leider nicht ganz gereicht. Ist okay. Auch der Angriff von Einfluss hat nicht gereicht. Aber der Konterangriff von Chi-Hulk hat gereicht. Sehr schön. So, und jetzt machen wir mal, ähm, Kuld und Kombo auf B. B greift uns an. Nein, B macht zuversichtlich. Jetzt greifen wir mal mit Chi-Hulk, ähm, C an. Zack. Perfekt. Der kriegt ohne Schaden, soll er doch. Wir passen nochmal Kuld und Kombo. Und das war's dann auch für ihn. Wir haben viele Objekte gefunden. Acht Stück schon an der Zahl. So, der Endkampf gegen diesen Gegner. Den einen verpassen wir mal eine Chi-Explosion. Bam. 2700 Schaden. Extrem mächtig, diese Attacke. Macht bis zu 300% extra Schaden. Basiert auf verwendetem, äh, Geist. So, und dann machen wir mal hier Wogen der, äh, nein, Kriege-Explosion. Oh, großer Schaden. Dafür gibt's zwei Konterangriffe. Und Chi-Hulk ist noch einmal dran und zeigt ihm mal schnelles Urteil. Viele, viele, viele Gegenstände gefunden. Alter Schwede, machen wir weiter. Vor allem aber viel zu verkaufen. Gut, Miniboss Hammer machen wir in der nächsten Episode und auch den, äh, den normalen Kampf hier. Und in der übernächsten Episode seht ihr dann den Kampf gegen Magus und auch nochmal den Kampf gegen die Echse. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch die Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir rein, was ich besser machen soll. Und ansonsten danke ich herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.